Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video in Thief Simulator. Unser Lieblingsladebesitzer sehen wir hier direkt wieder. Und Leute, wir brauchen 100.000 für ein fortgeschrittener Hacker Laptop. Und die besorgen wir uns jetzt noch. Meine Güte, wir müssen hier mal vorankommen. Wir sind fast bei der 100. Folge. Und ich meine, es gibt noch viele Spiele in der Art, die wir noch irgendwann anspielen müssen. Und deshalb müssen wir erstmal Thief beenden. Meine Güte hier. Wir müssen uns jetzt mal ranhalten. Ich meine, wir sind fast bei 100 Folgen. Also, wie oft ich das schon mal eben gesagt habe. Herzlich willkommen zu Thief Simulator, Alter. Hey, es ist jetzt 16 Uhr. Die Ladezeiten sind wieder extrem. Zwei Minuten haben wir bereits. Ach, es gibt nichts Schöneres, Leute. Es gibt nichts Schöneres. Wie, wenn man arbeitet, weil man eine Ausbildung angefangen hat. Und dann ein paar Stunden und dann eine Stunde später Thief Simulator zu spielen. Was will man denn mehr? Ich merke gerade mal, ihr hört das Thief Simulator nicht. Eine Sekunde. Jetzt solltet ihr jetzt hören. Und ich habe natürlich... Ich habe natürlich gesampelt schon gefilmt. Bedeutet, ich kann das alles wieder raussteigen. Ja, das ist doch immer wieder super. Joa, Leute. Und ich würde sagen, dass wir jetzt mal wieder dort rechnen. Ich meine, da waren wir schon lange, nämlich dort alles angefangen. In der Straße. Bedeutet, es wäre doch alles mal wieder super, oder? Und, Leute. Ich hoffe, dass wir unser Ziel heute erreichen. Aber wenn wir uns den zur Arsch stellen, kriege ich mal das Gebagge. Und ich würde jetzt mal rufst du zu retten. Könntest du denn jetzt mal weggehen? Bitte. Macht es mir doch am Ende von dem... Wahrscheinlich die letzten Verfolgen könnten wir doch ein bisschen leichter machen, oder nicht? Ah, scheinbar nicht! Ach, super. Ganz tolles Kino. Könntest du bitte da weggehen? Na gut. Danke so. Also, dass der auf mich hört, hat er dich jetzt nicht erwartet. Aber okay. Natürlich geht er doch nicht auf uns. Wäre ja zu viel verlangt, Thief-Simulator. Ich will doch einfach nur den Pro-Laptop. Könntest du bitte zurückgehen? Das ist jetzt bitte, okay? Ach ja. Du willst mich doch! Mann! Ich habe so viel Vorbundes hier gehabt, dass ich monatelang, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, zwei, drei Monate Ruhe hatte von Thief, Alter. Und die Ruhe hat mir gut getan. Ich raste aus bei diesen Sp... Nehmen wir halt mein Lieblingshaus. Okay. Meine Fresse. Das ist das Spiel, das ich immer alles so kompliziert machen muss. Leute, es sieht nicht so aus. Aber jetzt mal wirklich Will Talk. Das Spiel ist sau schwer. Und das zu schneiden manchmal ist ein Krampf. gut, wir sind oben. Aua! Ich würde auch noch 10.000 bekommen. Okay, dafür bekommen wir schon 2.000. Ca. 3.000. Wir haben gute Beine. Ich glaube, wir haben gleich die 10.000 Leute. Was ist denn so? Was blinkt denn so jetzt? Hä? Die Regenringe fühlt sich rückseitig. Ich weiß, wo der Regenringe ist. Danke! Wir können schnell rausrennen. Oder wir machen es taktisch. Hallo? Ich drück doch! Auf der Seite war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß, ich war ja generell noch nie im Gebäude. Das könnten wir ja dann auch mal machen. Da ist ne Kamera! Das Spiel bringt mich noch um mein Verstand. Ich will doch einfach nur 10.000 haben. Bitte. Bitte, 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 liebes Spiel. Bitte. Das ist meine einzigste Bitte. Mit einfach nur 10.000. So. Hä? Das mit dem Hängen habe ich mittlerweile drauf. Jetzt müssen wir warten, bis der hier vorbei ist. Auch jetzt streben wir uns mal an. Puff! Jetzt ganz langsam sein. Dann rufen sie nämlich nicht die Polizei. Wenn er uns jetzt nicht entdeckt, ist alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. So. Jetzt dürft ihr uns nicht mal sehen. Jetzt gehen wir noch hier. Wir müssen einfach nur ausweichen. Wir müssen einfach nur ausweichen. Das lässt sich locker. Komm schon. Lass locker. Komm schon. Lass locker. Du fühlst mich nicht mehr. Lass einfach locker. Sehr gut. Sehr gut. Äh. Sehr gut. Dann nehmen wir zwar nicht so viel mehr XP, aber wir können eh nichts überhaupt geben, weil wir eh komplett OP sind in dem Game. So. Und jetzt können wir da easy hoch. Und jetzt können wir uns die guten Bildschirme abstauben. Das wird den Pizzen, den ich mitnehmen können, ärgert mich. So. Ich würde richtig gerne mal runter gehen. Das machen wir dann auch, Leute. Wir bringen die Samgut zu Hause. Geht jetzt lang? Jetzt ist die Route, die ich immer kenne. Nein. Nein! Nein, 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 nein. Das akzeptier ich jetzt nicht. Nein! Also ne. Das akzeptier ich jetzt wirklich nicht. Dann bin ich nur mit dem Panzer. Nein! Das kriegt mich jetzt nicht. Alter. Die Spiel sind so lange tief schon seit übern Jahr. Und wenn ich jetzt noch getroffen werde. Nein? Dann lade ich das Video nicht drauf, wenn die mich jetzt treffen würden. Nein, weiß die Geschichte. aber wir schaffen es hier und zertübert mittlerweile kann mittlerweile ist sehr gut laufen weil er das gewöhnt ist so panthaus und jetzt kommt das geräusch dass ich liebe irgendwie mag ich das wenn das sagt so verkaufen 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 und wir haben die 10.000 ist sie schafft innerhalb von zehn minuten und früher haben wir dafür zehn folgen gebraucht also gut dann würde ich sagen gehen wir zum versteck kaufen uns das ding und hoffen einfach gute nachricht denn zu hören fortgeschrittener laptop ich glaube sonst gibt es eigentlich vorgeschrittenen fortgeschrittener hecke laptop hacker laptop hacker laptop bda wir brauchen doch 120.000 ach ja ist das nicht schön wir brauchen doch 2000 mehr ja ich liebe es so sehr noch mal 10.000 20.000 dran zu holen wird ein 1 1 1 1 1 weiß ich nicht das ist schlecht 30er limit zum fahren die malz alter wir fahren wir fahren auf 100 alter wenn das mal ein fahrlehrer hören würde weiß ich ja manchmal aber oh na gut vielleicht gibt es doch einen grund warum man nur 30 fahren sollte ist das mein lieblingshaus ja da ist doch mein lieblingshaus ja da ist mein lieblingshaus so und dann jetzt haben wir uns ja gesagt dass wir reingehen werden auch wenn der typ gerade in der küche chillt aber ok wir können ja vielleicht noch ein sandwich mit dem essen oder was sagt ihr mit dem wächter alter so ich kriege das gar nicht hin oder leute mit dem wächter unser feind doch irgendwie was essen ist doch schön oder so auch nee warum stehtst du direkt hier wo ist denn die tür wo ich hin muss um reinzukommen und hier irgendwo eine kamera die ich nicht gesehen hatte da ist es doch na dachte es wohl du bleibst unentdeckt ich sehe gar das auch noch mal eingehen die haben wir mal wenn die die route wechseln kann ich doch einfach das runter oder nieder geht ins büro glaube ich da kommt jetzt kommt er hier hoch das stelle ich wäre eh runter unten steht auch einer oder ich habe den überblick verloren da steht doch keiner hier hoch ich schicke jetzt gar nichts wirst du erwarten bis sie wieder raus geht also die vorherige route hat mir besser gefallen kannst du bitte einfach raus gehen direkt dort wo ich hin will jetzt mal mich sorgt dass ich das ding nicht mitnehmen kann das nervt kannst du bitte dann noch gut ändern bitte bitte ich will mir das doch unten nur anziehen komm schon ich brauche noch 20.000 ich kann mich jetzt nicht eine halbe stunde mit dir beschäftigen jetzt geht bitte ich liebe dieses spiel so sehr dieses spiel so sehr ich will bitte packen und schlafen um zu schauen so bitte so die also wir gehen ja nicht durchs fenster bedeutet wir können doch auch wir schauen einfach mal was um 6 uhr wo die da sind dann nehmen wir mal 11 11 hört sich gut an 11 können wir uns mal merken ok komm schon komm schon hä jetzt jetzt so oh du stehst recht hier vorne du das ist eine wirklich toll dass du du das sind sachen ich nicht verstehe und nicht verstehen werde ich stand nur vorne dran das sind die sachen die mich in tief aufregen wenn man 20 minuten oder so ich meine das war jetzt nicht der fall aber wenn man generell 20 minuten oder so was macht und dann plötzlich die vor und dann plötzlich das passiert obwohl man noch nichts gemacht hat ich war noch nicht mal ich war noch nicht mal schrien ähm ähm ach komm spiel die polizei fährt durch wände alter die polizei fährt durch wände was mach ich denn eigentlich die polizei fährt einfach mal durch eine wand genau genau alter kann dieses spiel mir das jetzt mal bitte nicht so schwer machen ich möchte einfach nur 20.000 bekommen man ich habe langsam keine geduld mehr man weil einfach ich verstehe solche bugs nicht ich habe wirklich nichts gemacht so leute so macht es doch spaß wenn man sich bei der mauer umschleichen kann es kein bug gibt oder sonstiges so jetzt was habe ich gemacht was habe ich jetzt schon wieder gemacht ich bin ganz normal rein mich hat keiner gesehen keiner was habe ich denn gemacht also nein nein ich weiß wirklich nicht warum die jetzt kommen also für alle liebe ich weiß es nicht wirklich nicht ich habe wirklich nichts gemacht wirklich hä ich muss doch das tor aufmachen und es hat doch sonst noch nie jemanden gestört warum ist das eigentlich so ein grafik bug alter das ding tanzt jo hä ich check das spiel nicht ich check es und will es nicht verstehen jetzt klinge jetzt höre ich diesen ton schon wieder zwei minuten alter sie darin ein ich das auch herman oder was? Wenn der jetzt hier hochgeht, dann... Das Spiel ist anstrengend, wirklich. Ich habe nichts gemacht. Kann ich da jetzt runter? Nein, das ist irgendein Typ. Ach ja, aber Mann, ey. Ich muss mal schauen, was passiert, wenn wir um 10... Jetzt schleicht da unten einer rum. Wenn wir um 10 rausgehen. Ist das jetzt... Jetzt hat er mich noch gesehen. Hallo? Ich drück doch auf E, Mann. Ich muss doch da runter, Mann. Bitte. Warte, komm! Ich drück doch! Wenn ich drauf drück, dann drück ich doch drauf. Wieso ist das Tor jetzt zu? Hä? Wie kriege ich das Tor jetzt auf? Das habe ich noch nie erlebt. Wie kriege ich das Tor jetzt auf? Ich muss... Da ist eine Kamera, wo ich hin muss, damit ich das Tor aufmachen kann. Ist das so, als ist das denn ernst? Jetzt kommt der noch um die Ecke. Nein! Ach, komm! Vielleicht kriege ich es noch hin, dass ich das Tor öffne. Ohne, die Polizei kriegt mich gleich. Ich habe gefühlt schon mal momentan. Warum bitte? Der war hinter mir gestanden. Der hat jetzt darauf gewartet, dass ich es schaffe und noch Hoffnung habe. Und dann steht er hinter mir. Warum stand er eigentlich hinter... Wieso... Wieso stand er hinter mir? Wieso hat er mich denn nicht gleich gekillt? Ich verstehe das nicht. Okay, Leute. Ich würde sagen, es war es bis zum nächsten Mal. Ich verstehe es nicht. Ich habe nichts gemacht, Mann! Hä? Wieso macht das Tor zu? Wie hätte ich das machen sollen? Oh Gott!